Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Let's Play zu Herderinge Online. Heute schauen wir uns weitere Schritte in Update 34 vor dem Schatten an. Und zwar in Kadolan und Schwanenfleet, speziell in Gerwarad und im Süden. Ich werde heute gar nicht so viel erzählen, weil ihr sollt natürlich in Ruhe alles genießen können, was ihr hier so seht. Und am Ende vom Let's Play hören wir uns nochmal. Also bis später. Willkommen, Freund. Willkommen, Freund. Willkommen, Freund. Willkommen, Freund. Welches Unglück die Menschen wohl herführte, frage ich mich. Solche kriegshungrigen Taten nur um ihrem Hunger nach Macht Genüge zu tun? Unter uns gesagt, das sollte nicht zu schwer sein. Ein Fuss des Wollenskates und die Menschen schreie etwas zu sein. Also, das ist eine Fuss des Wollenskates. Von der Fluss des Wollenskates geht es um ein Fuss des Wollenskates. In dem Moment der Fluss ist ein Fuss des Wollenskates. Ich hoffe nur, dass er erkennt, dass es im Leben mehr gibt als nur das Überleben. Vielleicht mit meiner Hilfe, wenn er denn will. Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Das war's für heute. Seid gegrüßt, Reisender. Seid gegrüßt, Reisender. Das Böse verbirgt sich nicht länger. Seid gegrüßt, Reisender. Seid gegrüßt. 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 Ich bin hier. Ich bin so wütend, dass unsere Reise nach Talbad von diesen schrecklichen Orks ruiniert wurde. Ich brauche keinen Schutz. Ich war kurz davor, Sie zu erdrosseln. Ich bin so wütend, dass unsere Reise nach Talbad von diesen schrecklichen Orks. Diese verfluchten Narren mich angegriffen haben. Ich bin so wütend, dass unsere Reise nach Talbad von diesen Schrecklichen Orks. Ich bin so wütend, dass unsere Reise nach Talbad von diesen Schrecklichen Orks. Ich bin so wütend, dass unsere Reise nach Talbad von diesen Schrecklichen Orks. Könnt ihr einen Moment erübrigen? Könnt ihr mir helfen? Ja? Ich bin so wütend. Ich bin so wütend. Okay. Was gäbe ich nicht alles für einen Moment des Friedens? Ihr seid zurück, erzählt mir davon. Waren sie wütend? Wie kann ich euch zu Diensten sein? Nun habe ich mehr Hoffnung für unsere Pläne. Ich hatte gehört, dass Kardolein ein wilderes Land ist als Bre, aber es selbst zu sehen hat mir die Augen geöffnet. Habt ihr die Hirschherden auf der anderen Seite der Straße gesehen? Mein Bogen! Ihr habt ihn gefunden! Ich hab ihn gefunden! Ich hab ihn gefunden! Ich hab ihn gefunden! Halt! Bleibt wo ihr seid! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich hoffe, diese dunklen Tage liegen bald hinter uns. Werdet ihr mir helfen? Ich hoffe, diese dunklen Tage liegen bald hinter uns. Ja? Ihr habt welche gefunden, ja? Dann zeigt mal her. Das Schreiben, das ihr gefunden habt, macht mir Sorgen. Ja? Ja? Was gäbe ich nicht alles für ein Moment des Friedens? Was gäbe ich nicht alles für ein Moment des Friedens? Danke für alles, was ihr hier getan habt. Ja? Ja? Das ist völlig inakzeptabel. Das war für heute das Update 34 Video zu Kadolan und Schwanenfleet. Beim nächsten Mal geht es wieder mit Quests weiter und ich hoffe, ihr schaltet dann ein, wenn wir hier in der Story und in dem Gebiet weiterkommen. Macht es gut, bis demnächst. Bye, bye! Dochern und Schwanen prospectiv! Dochern und Schwanen bei Dielen Untertitelung des ZDF für funk, 2017